Okay, Kampfangebot ansehen. Eric Paris. Mach ich. Nehmen wir. Da bleibt mir auch nichts anderes übrig. Oder? Nee, nicht wirklich. So, zum Training kommen. Bonus-Ausage noch gar mal. Wenn du dich bereit, dann kannst du ja losgehen. So, 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 so. Nein. Ach, ich bin so heiß. So, 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 und so. So, 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 und so. Schlecht war das. Gut, dann streng dich mal an. Okay. Soll ich ihn ausboxen? Deine Deckung ist nicht gerade gut. Genau so, ja, stimmt. Mach ich. Schön, sehr schön. Ich bin auf dem Bauch. Du siehst heute wirklich wie ein Champ aus. Einzel. Weiter so, weiter so. Nur noch 10 Sekunden. Chef. Jetzt möchte ich mich noch mal ein bisschen hauen. Guck mal, hau mich da noch mal ein bisschen. Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Ich bin hier, um ranzuglotzen. Du auch? Dachte ich mir. Dann leg mal los. Gleich geht der Sandsack zum Boden. Laber nicht. Gutes Tempo. So, ich muss genau gucken. Sehr gut. So nehme ich ihn doch immer ein. Was sind die letzten 30 Sekunden? Konzentrier dich! Du variierst deine Angriffe sehr schön. Sensationelles Sandsack. Dankeschön. Tja, Tja, Meister. Brauche ich nicht. Ähm. Warum ist das jetzt hier... Runter? Warum ist das so... Habe ich das nicht gespeichert? Kann sein, dass ich das nicht gespeichert habe? Kann sein. Will ich es gleich aufteilen. Deswegen nicht wundern. Ich versuche es zumindest. So. Ähm. Weiter. Ja, möchte ich. So. Ey, was war das? Warum hat das nicht gespeichert? Zum Kampfkopf? Perls gegen mich. Faber gegen Eason. Kirk gegen Eason. Eason, Cooper, Aldo. Sind ja kaum noch aktuelle da. Gucken wir uns das nochmal an. Eason gewinnt gegen Faber. Okay. Wir sind dran. Hey Mann, this is Carlos Condit. I'm backstage at your fight and I wanted to wish you good luck. Take it easy. Dankeschön. Werde ich tun. Ach komm. Eric Paris machen wir auch fertig. Hoffe ich. Ich hätte Bock, vielleicht die Klasse zu wechseln. Eine Höhe. Von groß her würde es ja gehen. Tiefer würde ich nicht gehen. So, auf geht's. Hier. Okay. Gut geht's. Was? Was ist denn da los, ey? Ich glaube, bei der Brumms. Nichts gibt's. Mach doch die Nies, die mich zum Titelgewingen gebracht haben, ey. Ich glaube, bei der Brumms. Brez ist pummeled unter, und jetzt hat er double unterhooks. Push kick. Nice jab bei Brez. Look at this. He connects mit dem 1-2. Oh, he's getting some hip in that. Both fighters came ready to go tonight. He connects mit dem Hook. Great combinations. I like the way he's mixing these up. Good counter-white by Perez. Nice defense. Come. Block's a punch. Oh, he clipped him there. Lights out with another big hook. Nice leg kick. Come. It's a good block and he counters with the left hook. He had schon rot in the Kopf. Den Käng mal. Den Käng mal. Den Käng mal. Joe, that's a nice hook. Brez with a keep to the body. There's that big jam. He's taking some shots now. Wow. That left high kick came out of nowhere. Oh, we got tagged. And a guinea connects with the hook. Komm mal her, jetzt. Lauf doch nicht weg, du Misssacke. Oh, he's tagged there. Oh, yes, he has to go. Oh, yes, he has to go. Big roundhouse kick. He looks for the single, but can't get it. Connor with a hook. Great. That's a solid knee to the body. That's good defense. Blocking the punch. The most thing infight men, yeah, okay. Boom. 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 He stuffs the take down. Can't the fuck guess me. Boom. That's a good look, eh. That's a good look. Hat der Glück. Hat der Glück. Boom. Jetzt muss er einstecken. Geh kaputt, ey. Geh kaputt. Komm. Geh kaputt. Yes. 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 Just like that. Boom. Hey, der war heftig, weil da flink war. Oh, ich hatte ihn dann. Irgendwann. Ich fliege einfach aus der Luft, da war gerade kein Regenboden. Habt ihr das auch gesehen? Fuck, der hat gar keine Chance da. Komm. Say it, Bruce. UFC. Champion. Light. Da waren die Lichter bei den Out. Boom. Schaut, dass man die Jubelszene da nicht einstellen kann. Das war bei UFC Underspirit besser. Und THQ, glaube ich, war das THQ. Auch nicht wie er die bekiffte Pose. Äh, 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 ich. Ich hab'n Finger, guck mal. So. Die Karte kennen wir. Wenn man im Main Event ist, kennt man die. Und in zwei Resistenzbonus erhalten, okay. Karriere Gesamtschaden, boah. Da bin ich mir nicht mehr vielerlauben. 14 Wirkungsdrücke hab' ich eingesteckt. Schütze und Sterblikack ist ein Nebenzug, wenn das so wert ist, dass man sich daran erinnert. Wo ist das? Und da schreib' ich. Gib mir ein Schiff, ich unterschreib' den Satz. Weil es vollkommen der Wahrheit entspricht. So. Hey, wassup, buddy? See me, Jasmani Mastronzen, again. Looks like you're on a winstreet. Keep up the good work and hopefully you can break the all-time record of the UFC. Good luck, buddy. Check in with you later. Gana. Gana. Gana.